Willkommen zu einer Folge KillLuke, das neue Format, was ich starten werde. Mit dabei heute Forsh aka Soon. Hi. Okay, KillLuke ist halt ein 1&1 Projekt, das ist das Format, wo ihr auch teilnehmen könnt, Formular, wo ihr euch bewerben könnt, in den Kommentaren oder auch in der Beschreibung. Auf jeden Fall werde ich das ganze mal aufnehmen, ihr könnt 1&1s gemisch machen, wer als erster zwei 1&1s gewonnen hat auf einem 1&1s Server, hat das Game gewonnen, kriegt auch einen kleinen Preis, etwas Stuff auf einem Server. Zwischendurch gibt es auch bestimmt Ränge zu gewinnen und jetzt fährt er schon wieder ein scheiß Auto vorbei. Nice. Auf jeden Fall, wie gesagt, er sei der Gast ist forscht, ich werde es holen und wo bist du jetzt hin? Ich würde jetzt gerne gegen dich kämpfen. Ähm, ja, bin jetzt dabei. Wie gesagt, ähm, natürlich kann leider nicht jeder mitmachen, aber ihr könnt euch gerne werben und euer Glück versuchen. Und ja, der erste nicht für ein Kit ist. Ja, alles klar. buz-6 WAS IS DAS FÜN KIT? Du bist ein Wichser! Hä? Das ist das dein Kit! Ich sag dir, du sollst ihn anlassen. Das ist Ami, ich will jetzt eh mit meinem Kit. Ja gut, ähm, dann ist der zweite Krampf. Nimm an. Und ja, das wird das Kit sein. Aber ich werd's auch zwischendurch ändern. Und da heißt einer wir gegen Mitte. Also er schreibt Hashtag wir gegen Mitte. Ja. Richtig. Oh. Au. Au. Das Spiel richtig, Mann. Richtig. Feuern, Babe. Hey. Über mir schwebt einer. Ja, das ist Anti-Cheat. Du hackst. Du hackst! Ich dachte, du gewinnst gerade mal so, Alter. Auf jeden Fall ja, komm. Jetzt der letzte Kampf. Der Sieg entscheidet jetzt. Ob du gewinnst oder ich. Weiß ich nicht. Ich bin eigentlich bereit. Wer jetzt gewinnt, hat das Match gewonnen. Und die erste Folge. Kill du gewonnen. Ja, also natürlich kriegen ja nur die Gewinner, äh, den Preis. Nicht die Verlierer. Aber eventuell kriegt ja auch einen kleinen, äh, kleinen Trostpreis immerhin. Auf irgendeinem Server. Oder zum Beispiel. 10 Euro Steam Guthaben. Ja klar. Und da haben wir das erste Mal Killu gewonnen. gegen Zoom. Und... Ja. Okay. Scheiße ist hier. Ja, ist alles scheiße. Gut. Lasst einen Like da, wenn es euch gefallen hat. Wie gesagt, Formular unten in der Beschreibung oder auch in den Kommentaren. Nein. Alles klar. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Hoch rein. Eilu. Ciao. Ciao.